Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Meng Yu. Sporthalle und Fitnessstudios in Beijing sind wieder offen. Heute besuche ich ein Fitnessstudio in Beijing. Wie sieht ein Fitnessstudio in China aus und welcher Balsport ist derzeit beliebt? Schauen wir mal heute. Badminton ist derzeit in China sehr, sehr beliebt. Manche meiner Kollegen haben heute hier einen Wettbewerb. Hallo. Würde euer Training wegen Covid-19 unterbrochen? Ja, seit einem Monat können wir endlich in der Halle Badminton spielen. Vorher konnte ich nur auf der Straße laufen und manchmal zu Hause irgendwas üben. Aber für mich ist Badminton in solcher Halle sehr dynamisch und auch sehr spannend. Ich freue mich sehr mit der Sporthalle und wieder so viele Menschen zu sehen. Es ist der strenge Anhaltung der Vorbeugungsmaßnahmen aller Chinesen zu verdanken. Ich muss jetzt auch etwas Sport treiben. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.